Hallo, ich bin die Tine von Mutterskind.de und heute geht es um die Verlosung. Ich möchte mich noch mal bedanken für die vielen Kommentare. Es haben viele mitgemacht und ich habe auch noch mal ein paar Abonnenten bekommen. Ganz herzliches Dankeschön. Mich wird mein Sohn der Sebastian unterstützen. Hallo. Und der wird hier ziehen und entscheiden, was als erstes gezogen wird. Und wenn ihr gezogen werdet und euren Namen seht, dann seid so gut. Am Ende vom Video blende ich auch noch mal meine E-Mail-Adresse ein. Da müsst ihr mich kontaktieren an meine E-Mail-Adresse info-app-mutterskind.de. Da schreibt ihr einfach hin. Da tauschen wir dann die Kontaktdaten aus, dass ich euch dann auch die Sachen zuschieben kann. So, dann fangen wir mal an. Und als erstes geht es hier um diesen Mini Table Peach Cleaner. So, Sebastian, dann zieh mal das erste. Wer ist das? Nicolo H. Die Nicole H. Dann sage ich, das praktische Glückwunsch. Ich mach da gleich ein Abbaus drauf, damit es nicht verloren geht. So, was wird als nächstes verlost? Ah, die jetzt geht es um die Handstante. Dann wuschel mal rum und zieh mal ein. Die Sonja 4 school. Die Sonja 4 school. Die Sonja 4 school. Praktischen Glückwunsch. Was wird als nächstes verlost? Da haben wir hier das Glitzer-Designer-Papier, dann Sebastian, dann wühlen wir in der Schachtel Wen haben wir jetzt da? Millicet Das sind zwei Teile, die besten Wünsche Und zwar geht es jetzt hier um dieses Stempelset Dann ziehen wir Trommelwirbel Wer hat jetzt gewonnen? Sind wir mal gespannt Magda H Magda H Herzlichen Glückwunsch So, dann geht das weiter Oh, er hat jetzt dafür entschieden den nächsten Peach Table Cleaner Dann ziehen wir Trommelwirbel Du musst das aufregeln Und wer hat da gewonnen? Die Lingelbach-Vera Genau, Lingelbach-Vera Herzlichen Glückwunsch So, und weiter geht es Wir haben noch viele Preise Und jetzt geht es um die vielseitigen Grüße zu gewinnen So, dann Schauen wir mal Wen dürfen wir beglückwünschen? Die Baspelschmiede Hey, herzlichen Glückwunsch Das ist dein Preis So, und weiter geht es Das ist das tolle Set Simple Created Dann ziehen wir Den glücklichen Gewinner Wer das wohl sein mag Ja, wer ist das? Angelika Werner Angelika Werner Herzlichen Glückwunsch Das nächste Süße Baby Genau, süßes Baby Auch ein Stempel-Set Ein tolles Und es ist D-Hocke 31 Genau, D-Hocke 31 Herzlichen Glückwunsch So, kleine Freude geht es jetzt Trommel, Trommel Und das Horst Kehrberg Und hier Horst Kehrberger Herzlichen Glückwunsch So, und jetzt hier Froschkönig Das Stempel-Set Wen dürfen wir da jetzt beglückwünschen? Julka Häusler Julka Häusler Herzlichen Glückwunsch So, jetzt das vorletzte Tu, was du liebst Mal schauen Wir haben auch so viele Lose Anne P Oh, die Anne Herzlichen Glückwunsch Anne Cool, du hast gewollt Guck Jetzt das letzte Das müssen wir ganz großes Das muss doch mal zeigen Genussvolle Größe geht an Da 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 Und? Ilka Lohn Ilka Lohn Herzlichen Glückwunsch Juhu! Also, ich blende da nochmal Die E-Mail-Adresse ein Info at Mutterskind.de Meldet euch Damit ich euch Die Sachen zuschicken kann Ich sage Dankeschön, dass ihr so toll mitgemacht habe Ja, abonniert fleißig meinen Kanal Haut auf die Glocke Schaut meine Videos an Und dann beim nächsten vollen Lullern Da gibt es dann wieder eine große Verlosung Wir wünschen euch noch eine schöne kreative Zeit Und wir sagen Tschüss! Tschüss! Tschüss!